hallo liebe leute und herzlich willkommen zu einem let's play ravenport ja wir sind bereits in folge 46 ich schalte wieder mal durch mache unsere freundlichen kollegen hier mal an macht helfer an die hier helfen können den striegel brauchen wir glaube ich nicht dachte wir hatten den spaß müssen auf jeden fall kalken müssen wir so wie es aussieht hier bei dem feld müssen wir nicht kalken 23 müssen wir kalken und da sollten wir dementsprechend dann auch hin so ja damit haben wir meist und damit wollten wir zu den tieren aber wenn wir jetzt bei 23 kalten müssen würde ich sagen fahren wir erst mal mit dem freundlichen kollegen rüber und lassen es kalten hatte schon abgeklemmt sehr gut da muss ich nur gucken habe ich hier vorne das gewicht wieder gelegt ja wir brauchen nämlich jetzt das gewicht war sonst wird das mit der kalkmaschine überhaupt nichts so dann war natürlich die ja ja wie denn auch hätte überhaupt nicht die vorrichtung vorne dafür das heißt also dass den traktor hier stehen steige aus und muss gehen hier zum kalten nehmen so simpel ist es das heißt wir müssen dann die tier fütterungs variante da mit dem fiat machen aber das ist ja kein problem das bringt doch alles hin so einmal um die kurve einmal das gewicht oben sehen wir schon der drescher ist bei 34 prozent wir haben ja vehicle inspector drauf oben seht ihr uns selber fahren und das andere ist die maschine dahin so ja da wollen wir ja noch eine runde geld mit machen mit dem spaß nehmen wir da gerade ernten wir haben einen teil dementsprechend abgegeben gehabt also schon verkauft gehabt machen wir den spaß erstmal zu weil er kriegt das nämlich hin die 6400 liter hinten zu bewältigen wenn er vorne das gewicht hat so einfach ist es so die 23 kalten dann müssen wir die 23 dann hinterher auch gleich proben so simpel ist es und da wollen wir mal gucken damit wir hier nicht mehr so weit fahren müssen würde ich sagen sollten wir hier dann lieber die sachen drauf machen die wir nur für geld machen und nicht stroh geschichten oder irgendwie sowas ich schätze ich werde jetzt die e3 bahn fahren wir brauchen nur zwei bahn fahren ist das ok fangen wir mal bahn nummer eins aus damit und dann hier oben noch eine dann kann er sich hier nämlich schon den robber holen so simpel ist es und dann machen wir mit der tierversorgung weiter inzwischen durch machen wir dann den drescher leer so simpel ist es oder wie wir verkaufen den spaß dann wenn der drescher dann soweit ist haben wir es so gut das haben wir obwohl wenn wir hier eine direkt saatmaschine hinsetzen und hier direkt was ansehen mit der kleinen seemaschine könnten wir da auch schon ohne grummern vorweg das ganze jetzt laufen lassen sollte man sich überlegen ich stelle jetzt erstmal das gute stück hier vorne wieder bei der kalke ab so mach den wieder auf füllen wieder voll mach den zu und mach ihn ab so gut dann ist die frage was machen wir denn jetzt ne wer nimmt die andere seemaschine die haben wir hier irgendwo stehen und werden direkt was äh pflanzen und zwar in dem fall versuchen wir dann wieder ein bisschen geld zu machen mit ähm so ja so simpel ist es oder nee wir machen da eine ladung raps draus genau das ist die einfachste variante haben wir jetzt ja dementsprechend hier auch schon drauf das ist okay raps ist auch schon eingestellt das passt dann alles weil die hier grubbert halt gleichzeitig unter hat zwar nur drei meter arbeitsbreite aber wie gesagt da wollen wir uns ja auch irgendwann mal eine größere für anschaffen und da jetzt der 175 ps hat bin ich sogar so wagemutig gesagt wir nehmen nur 180 ps sechs meter variante aber wie gesagt da müssen wir dann erstmal eine runde gucken erstmal setzen wir den kollegen jetzt hier an so der macht uns hier jetzt wunderprächtig raps draus grubbert das auch schön unter seht das das müssen wir später dann noch einmal nachdüngen glaube ich oder doch das ist das nicht gedüngt das ist gesät stimmt müssen wir dann zweimal sogar okay ja also nicht so wild grüner sind so er war fertig das ist ja unverfroren fast ich würde sagen wir nehmen aber hier noch mal die kleinen reste mit wir sollten gegen jeder gramm zählt sozusagen mal so kleinen feldern hier ja jetzt müssen wir erstmal ein zwei arbeitsgänge machen was müssen wir nicht machen ganz einfach wir müssen jetzt das gute stück hier leer tanken und den rest dann nämlich ausholen aus dem silo und den spaß noch sehen dass wir den noch verkauft haben das ist kein problem dann kann er anfangen zu ernten das heißt wir müssen jetzt möglichst zügig sehen dass wir den mais hier zu den schweinen kriegen weil das macht doch den großteil ihres futters aus 50 prozent vom schweine futter ist deswegen kam jetzt hier einmal schönen bogen das können wir nämlich in ruhe machen auch gefällt ist jetzt ja nicht und dann müssen wir sofort ab tanken dass wir den drescherns laufen kriegen wieder das muss ja immer alles weitergehen hier so schön ordentlich hier rein so schön gerade durchfahren können dass sie da hervorragend aus so irgendwo hier sagt dann meist abladen was tun wir jetzt auch da haben wir jetzt ordentlich meißeln da habe ich jetzt haben wir jetzt ein problem ja wir sind jetzt ziemlich direkt bei den schweinen drin und wir werden so wie es aussieht meist verlieren wurde steigt mal aus kann man hier irgendwo hinter schwein ist nichts passiert sehe ich selber hier ist kein schwein drunter sieht alles gut aus man kommt von hier aber auch leider nicht in den stadt rein wie ihr seht also kann es hier leider nichts rein bringen um mir irgendwas hoch oder aufzupacken die schweine wundern sich nur was hier passiert ist ja es ganz einfach der ist es ein kipper der hochklappt und die scheune ist zu niedrig das ist das was jetzt passiert ist ein arbeitsunfall der traktor hängt hier natürlich weniger gut wo es zum problem an der geschichte ist ich kriegte natürlich den hänger und den traktor hier so überhaupt dass der traktor kriegt raus bewegt aber den hänger kriege ich überhaupt nicht raus bewegt das ist natürlich sehr sehr ärgerlich weil wenn ich nämlich jetzt zurücksetzen muss was mir wohl nichts anderes übrig bleibt haben wir das problem dass wir die siebeneinhalb tausend meist vor dem das ist natürlich sehr ärgerlich wir haben natürlich meist ist es was reingekommen sich selber 11.000 noch was das ist ein bisschen mehr wie die hälfte aber es ist trotzdem sehr 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 ärgerlich von der menge her muss man sagen wie es ist dass wir den kram jetzt hier verlieren müssen also bin ich bin ich ärgerlich ja also ich koppel ab fahr vor weil die traktor den können wir hier retten aber da haben wir auch so viel nicht von und den hänger den müssen wir leider zurücksetzen ich hätte gern anders gemacht aber schade so falsch da ist er zurücksetzen er müsste jetzt wieder beim händler stehen da steht er auch und er ist ja es leider leer das heißt wir haben jetzt leider die 7000 meist haben wir leider verloren das ist sehr ärgerlich noch was anderes ist ärgerlich also wir brauchen auf jeden fall einen kleineren hänger noch um den kram da zu bewerkstelligen der andere ärgerliche paar ist natürlich dass wir den hänger jetzt erstmal wiederholen müssen das hat doch noch ärgerlich ich hätte das mit dem hänger darin regeln können habe auch nicht daran gedacht ich hätte auf ausladen kippen können wir etwas hochgefahren hätte das ausladen beendet der wäre wieder runter gefahren hätte wieder ausladen angemacht und hätte immer wieder in den tappen halt ausgekippt und wir hätte die höhe nicht erreicht und damit hätte ich dann auch dementsprechend nicht das problem geschaffen was ich jetzt selber hab halt dadurch natürlich sehr ärgerlich muss ich sagen sehr sehr naja da müssen wir jetzt durch genau wie wir hier nach am schluss noch eine runde nacharbeiten müssen aber es ist kein problem solange er den hauptteil da erstmal macht bin ich schon zufrieden wahrscheinlich hätte ich aber sogar kalken können düngen können und dann erst untergrubbern können hätte wahrscheinlich auch gemacht ja echt ärgerlich also mich ärgern ist dass wir die siebeneinhalb tausend meister verlieren und er hier ist natürlich auch nicht der große blitzkrieg traktor ich werde mich nochmal um ein oder zwei andere mods dann bemühen die vielleicht ein bisschen mehr fahrtgeschwindigkeit haben und dann vielleicht auch knapp über 100 ps noch haben und die möglichkeit haben auch vorne was anzuhängen noch was anderes mit der front hydraulik zum beispiel dass wir also eindeutig noch eine variante genauso wie die sehmaschine ja ich weiß gar nicht wie viel ps braucht aber ich könnte zum beispiel noch eine scheibenegge für die front dementsprechend davor setzen dann hätten wir das ganze auch können das ganze auch gleich untergrubbern wenn wir die andere sehmaschine nehmen würden sowas wäre natürlich auch was das ist alles was wir noch erweiterungstechnisch machen müssen ja was wir vor allen dingen machen müssen ist es einen kleineren hänger organisieren so jetzt natürlich erstmal sofort machen müssen ist zurück und dann müssen wir sehen dass wir jetzt die soja soja versachen verkaufen damit der drescher auch dann wieder loslegen kann und fragen wo der jetzt lang fährt da kommt die auch lang so warten wir sie jetzt halber bevor sie irgendwie daneben geht ne so ja ja das war nun ärgerlich das ist natürlich ärgerlich die fahrt zurück mit 35 kmh wie gesagt kein tropf also wir brauchen ein bisschen schnelleren traktor wäre schön und wir müssen sehen dass wir noch was kriegen um bei unserer direkt bei unserer nicht direkt bei unserer einzelkorn saartechnik die grubber funktion vorne heransetzen können aber das sollte nicht das problem sein da habe ich auch schon eine passende mod im kopf auch mit drei meter arbeitsbreite das sollte also eigentlich funktionieren ja er ist dann noch ein bisschen beschäftigt er muss noch ein paar bahn machen auf der einen seite werden wir ein bisschen korrektur fahren müssen aber das ist kein problem wir müssen jetzt erstmal den drescher leer machen dass der schon mal auf das raps feld kommt und wie gesagt wir müssen dann echt mal sehen nachdem wir den soja part verkauft haben was wir noch vielleicht noch einen kleinen hänger dran kriegen so sieht das aus so da sind wir wieder auf dem hof wieder mal das ist immer so was ein bisschen aus der bahn bringt man nimmt sich so was vor ja das können wir noch machen und das und das als nächstes und dann hat man plötzlich irgendwelche special aufgaben zu machen die man lieber gar nicht gehabt hätte wie die jetzt hier zum beispiel hätte ich lieber auch gar nicht gehabt so steigt auch hier schon mal aus wie gesagt als nächstes brauchen wir auf jeden fall einen kleinen hänger gehen wir dann drin benutzen können er ist ja an sich auch schon selber sehr hoch und für die verkaufsfahrten und für die drescher abtankung oder sowas ist natürlich sehr gut da kann man nichts zu sagen so jetzt haben wir sehen dass wir vorne gleich den raps reinhauen der soll mich als nächstes jahr dahin fahre an reicht das von der spur so ja vorher nimmt sie gerade alle mit ne also ich würde sagen ich habe mit meiner spurbreite wahl hier gerade mal glück gehabt so da sind wir wieder jetzt geht es hier einmal richtung lagergeschichten so 2922 haben wir ja drin ich fahre das hier ein bisschen von der seite an weil wir haben wir da einen ziemlichen buckel und so kommen wir einigermaßen noch hoch so was ihm hätte ich gar nicht hingemusst ich döse und muss ja hierhin will ja mitnehmen wird zwar nicht da lassen ja so ja wurden wir überraschung die sind ja schon drinnen ja dann werden wir die verkaufen fahren aber das machen wir erst beim nächsten mal wir sind nämlich leider schon wieder am ende der folge wollte so schnell geht's ich hoffe dass euch gefallen hat würde mich sehr freuen wenn ihr beim nächsten mal wieder mit dabei sein würde wenn es euch gefallen hat lassen passenden daumen da ich würde mich sehr über den teilen freuen abo wäre natürlich klasse die sache vielen vielen dank fürs zuschauen und bis zum nächsten mal